Hallo Freunde, und da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Folge vom Newton-Witcher, yeah. Ja, diesmal haben wir natürlich wieder Hauptquest, ne, hier wisst ihr es ja einfach. Wir haben ein Geschenk für dich. Oh, die haben ein Geschenk für mich. In der letzten Folge wisst ihr ja, da haben wir Rittersporn ja von diesem Hexenjäger da befreit. Äh, oh, warte mal. Oh, ähm, wir sind, äh, dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchens. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast, ja? Na schön, lebt wohl. Hier ist einfach drei Maler, so. Guckt sie euch an. Einer wieder gelitten als der andere. Und das sind ja richtig fertige, die beiden. Vor allem, aha, alle mit Füßen, äh, mit Füßen leuchtet, barfuß. Ja, so, Plötz ist auch schon da. Wir gehen mal kurz hier mit, ähm, mit Soldern. Gerald, Kumpel. Gerald, Kumpel. Okay, wir können nichts weiter mit ihm machen. Äh, so. Also, wir machen die Hauptquests jetzt weiter. Und zwar gehen wir jetzt hier mal auf die Quests. Das hässliche Entein. Gerald wusste, dass sich Ulmer gerade auf Krähenfels aufhielt. Die Banditen des Barons, an denen der Sinn nach grobschlechtiger Unterhaltung stand, hatten ihn zu ihrem Nacken gemacht. Gerald musste diesem, äh, Postespieler ein Ende bereiten und das unglückliche Wesen von Velen wegbringen. Und dann mit Jenefers Hilfe versuchen, den Fluch zu brechen. So, die Mission haben wir ausgewählt. Weltkarte nehmen wir hier am Stüssel. Ne, ich muss erst an das Schild hier. Da. Und jetzt müssen wir nach Velen zurück, da wo dieser Blutbaron war. Wo war er denn nochmal? Da waren wir auch schon ein paar Mal gewesen. Hier vorne. Und dann müssen wir nämlich hier zu dieser Markierung hinreisen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Story sich jetzt hier weiter beläuft. Ja, wir haben auch wieder schön hier zu sein. Da ist hin. Ich will brummen. War das das Pferd, oder? Da fliegt hier wieder so ein Moped rum. Aber schauen wir uns erst mal. Auch wie die Leute uns hier gesonnen sind. Hört sich nicht so viel getan, auf jeden Fall. Ja, wir alle durcheinander reden. Mal ehrlich, da. Ich bin voll. Wie sie mich mit dem Namen kennen, schon. Ja, so ist es richtig. Ach, mit denen habe ich mich ja mal geboxt, wo ich keine Chance hatte. Wir missen den Stand aus. Hm. Oh. Ah, da hat wieder einer seinen Job nicht gemacht, Freunde. Wir müssen das leider erstmal anzünden. Scheiße, da war auch noch eins. Mann, was ist das denn hier für einen Sauhaufen? Mensch. Immer muss ich hinkommen und die Feuer anzünden. Das ist nicht normal, ey. Hier auch wieder. Seht ihr, ey. Was ist denn das hier? Mensch, Mensch, Mensch. So. Da hier auch wieder. So. Dauer. Kann ich eigentlich hier nicht meine Waffe schärfen? Komm, hier. Wenn ich kalt, das mache ich dann ein bisschen Feuer. Ich schnippe da einmal mit dem Finger. Hier sind auch meine Aufträge zur Verfügung. Nehmen wir mal alle mit. Ups. Vielleicht wieder irgendwas für einen Stream. Mal schauen wir mal. Ah, hier vorne noch Rüstungs. Rüstung. Mal gucken, ob wir ihm jetzt hier mal Auftrag machen können. Was jetzt von einem Röntgen gewinnen? Kannst du mir eine Rüstung anfertigen? Ich brauche eine Rüstung. So, was kann ich denn jetzt hier mittlerweile mal dickes machen an Rüstung? Da hier. Skellige Garmison. Die ist aber nicht so gut wie meine, die ich schon habe. Aber hier 150. Da fehlt mir aber halt zerschmetterndes Resistenz. Willstufe 24. Kann ich noch nicht machen. Was ist denn hier mit der hier? Na, die ist auch nicht so gut. Und hier Axtkämpferhose. Ich habe schon bessere Sachen, als ich mir überhaupt anfertigen kann. Ich brauche einfach noch mehr Skill. Das ist es. Aber da können wir mal kurz Sachen reparieren. Ich brauche eine Rüstung. Ja, komm. Äh, anheften, reparieren. Ich würde sagen, alles reparieren. 144. Kann ich gerade noch so aufbringen. Mit meinem fünfstelligen Geldbetrag hier. Was kann ich entfernen? Machen wir nicht. Und leb wohl. Leb wohl. Sehr schön. Dann können wir hier oben jetzt unser Schwert nochmal ein bisschen schärfen. Vielleicht brauchen wir es ja jetzt gleich. Zack. Auch getan. Die Maschinen wurden aufgewertet. Und hier hoch. Wache des Barons. Okay. Ich habe es genau gesehen, Freunde. Glaub nicht, die jetzt übersehen. Das ist einfach nicht drin. Komm schon. Zack. Und ab hier hoch. Aha, hier ist auch noch eine. Warum sind die denn aus? Warum wurden die ins Spiel implementiert, wenn sie nicht an sind? Das macht einfach gar keinen Sinn. Boah. Hier wird einfach richtig das Leiden geteilt. Okay. Der eine knickst richtig krass. Und der andere hustet sich einen ab, dein Leben. Und so, dass der andere auf jeden Fall nicht schlafen kann. Das sind echt die beiden Besten hier schon wieder. Was macht er denn? Was macht er denn hier? Ähm. Ähm. Ja. Ich möchte nicht so gerne reden. Wir müssen hier rein. Kann das sein? Oh. Ja. Da. Hier. Da vorne. So. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ich muss mit dir reden. Hm. Worüber? Über Oma. Ich bin hier, um ihn mitzunehmen. Oma. Ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Boah. Die Geralt einfach den Stress sucht. Der Krüppel lässt das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stalk nicht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird. Weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Okay. Gott sei Dank ohne Blutvergießen. Bin ich ja eigentlich nicht so ein Fan von. Aber hier von mir ist ein großer Fan. So. Es sind hier auch alle Lichter an. Das ist ganz wichtig, dass wir das mal kurz überprüfen. Ansonsten geht die Story nicht weiter. Wir müssen immer die Kerzen anmachen. Was ist das denn hier? Die sind jetzt bei uns. Aha. Du hast eine neue Gewinnkarte erhalten. Um die ganze Gesellschaft zu spielen, bin ich nur zum Kartenfenster. Ich werde dieses Spiel, glaube ich, niemals spielen. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das Spiel durchspielt, ohne Gewinn zu spielen. Fangspunkt erhalten. Dann machen wir es an Freudensprung. Und wieder raus hier. Ja, sie reden einfach, was sie denken. So ist es halt in der dritter Zeit. Was zum Stall? Haben wir hier nicht auch irgendwo dieses Kind damals beertet? Wo war das denn nochmal? Naja, es war doch hier auch irgendwo. Nee, hier war das nicht. Oder war das doch hier an der Burg irgendwo? Warte mal. Da hier, hier ist es. Da wurde das Kind beerdigt. Kranker. Dieses komische Geister-Zombikinter. Die Krähen sind auch hier ganz schön am fladern. So hier. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bring's ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Such dir einen anderen Zeitvertreib. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexer-Version ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort. Wie der Gerald einfach richtig aggressiv hier losgeht. Kann man ein bisschen freundlicher sagen, finde ich. Bord er so. Hier. Hey, kleiner Mann. Alter Junge. Das hier ist Plätze. Das wäre auch das erste, was ich ihm zeigen würde. Um ihn auch nicht zu verschrecken. Das hier. Hier. Das hier ist Plätze. Und er ist einfach noch hässlicher als du. Was ist denn mit ihm los, ey? Wo? Wo hat er diese Pestbollen? Oh Gott, eine Ratte. Hier sind vor allem die Glöckchen angebunden. Was zum... Was mit dem Unzeln? Gehen wir. Ist so. Ey, bleib es da liegen. Das bringe ich jetzt wie jene Pfaff. Verstehst du das? Oh. Wir kriegen Gesellschaft. Ja. Nilfgader-Schlachtwässer. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden. Um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysima. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Na schön. Zeig den Weg. Hat er sich jetzt schon locker platt gemacht. Mal ganz im Ernst jetzt. Oh. Timmerische Oran. Die franische Fung. Und die dritte Armee fällt von Westen ein. Um Banglern einzunehmen. Wie alle Könige Schach spielen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglian fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön. Gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Kaiserliche Hoheit, Jennifer. Ich habe dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Wie ihr wünscht Majestät. Wie ihr wünscht eure Majestät. Wir blasen erst mal Zucker in den Arsch ein bisschen. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir drei solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentaub. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden. Befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adeligen mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Ich weiß, wie Ciri war und was sie getan hat. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf. Mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch. Ich kenne meine Vasallen. ...der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Hm. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich. Auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das... Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht. Wenn auch zugegeben mehr als meine Fuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. 2000 Kronen. Krass, Junge. Ich habe nicht vor, sie herzubringen. Okay. Wer ist denn? Ich weiß nicht, was ich jetzt auswählen soll. Soll ich mal hier auf Stress aus? Also gut. Aber ich würde jetzt schon interessieren, wie der Handlungsstrang wäre, wenn ich das jetzt hier mache. Ich glaube, ich werde es jetzt auch einfach ausprobieren. Was soll schon Schlimmes passieren? Das war keine Bitte, sondern ein Befehl, Geralt. Und ich rate dir, widersetze dich mir nicht. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Etwas von deinem berühmten beißenden Humor wäre nützlich gewesen. Wo ist der hin? Du warst schüchtern wie eine Arethusa-Novizin beim Dekan. Ich weiß jedenfalls, wann ich meinen Stolz ausleben kann und wann ich ihn runterschlucken muss. Im Gegensatz zu gewissen anderen. Ah, verstehe. Mir zeigst du also die Klauen, weil ich ein lumpiger Hexer bin, wohingegen... Willst du das jetzt wirklich, Geralt? Wir können uns später streiten, an einem Ort, wo die Wände keine Ohren haben. Der Fluch, wir brechen ihn. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche. Zur Hexerfestung Kaer Morhen. Das ist ja momentan wie ein Film, ey. Richtig geil. Oh, nein. Hier Plötze verzaubert heute, Junge. Aber Schwänze so nah bei der Festung, da war aber jemand nachlässig. Oh, Alter. Ich gehe kaputt hier. Ach, ist das nicht unsere Festung, wo wir in der ersten Folge noch trainiert haben? Nun, sieh an, wen der Wind herbläst. Das gibt's ja nicht. Du warst ja lange weg. Da ist er wieder. Zu lange. Und, wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher. Eine Hasenscharte. Und, äh, ist das... Na, na, ganz ruhig. Mit einem hatte jene verrecht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Äh, jene ist schon hier? Warum so schmutzig? Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Hm? Ach, das. Ich hab Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Reichlich Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen sie keinen Sinn darin? Nein. Yennefer hat wichtigere Aufgaben für sie gefunden. Yenne ist schon hier? Yenne ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt. Ich weiß, dass sie eine, wie drück ich's aus, emanzipierte, willenstarke Frau ist. Aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert, ohne das Kleinste, schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen. Es gibt dies und das zu tun. Also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Äh. War das ein gutes Bett? Wichtigste Frage. Das war ein gutes Bett. Das hab ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Oh. Aha. Jetzt versteh ich. Entweder ist es das oder Yenne kann Eichenmöbel nicht leiden. Was hat Yenne denn vor? Was hat Yenne denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt? Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen, nicht was sie vorhat, obwohl wir gefragt haben. Hm. Sie wird ihre Gründe haben. Sie muss einen guten Grund haben. Vermutlich mehr als einen. Jedenfalls führt sie was im Schilde. Wir sollten ihr wohl aus dem Weg gehen. Sehr merkwürdig. Äh, wo sind denn alle? Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yenne verbraucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Yen? Die baut ihr Megascope auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Ha, ha. So. Spricht mit Lambert über die Reise zum Kreis der Elemente. Finde Eskel und hilf ihm bei der Jagd auf den Gabelschwanz. Hilf Jennifer, das Megascope zu reparieren. Ja, ich denke mal, wir machen erstmal wieder hier diese kleinere Nebenmission. Also, was heißt Nebenmission? Jetzt nicht direkt. So, hier oben ist. Gehen wir mal da oben hin. Den. Nur, wie erreichen wir diesen Punkt? Wahrscheinlich. Boah. Richtig geil, hier mal wieder zu sein. Aber wir gehen mal. Ey, krass, wie das hier einfach aussieht, ey. Hoch hier. Zack. Ich hoffe, ich mache jetzt hier alles richtig. Ja, ich sehe die Fackel, aber hier ist einfach zu hell für eine Fackel. Ja. Aber die Aussicht, ey. Wirklich schön, ey. Muss man auch zwischendurch mal genießen. Ich meine, die haben mir nicht an sich und sonst so viel Mühe gegeben hier mit dem Game und der Grafik. Es ist ja nicht so, dass ich immer oft auf Grafik achte, ne? Also, wirklich nicht. Wo muss ich hin? Da? Ne. Hä, warum muss ich denn hier so komisch laufen? Ob ich mal den falschen Knopf drücke? Ich höre da doch schon was. Aber wie die Burg einfach am Leiden ist hier. Was ist denn hier? Eine Säge, ne? Was ist das? Hier geht's hoch. Ja, man hätte ja auch einfach mal eine vernünftige Treppe bauen können. Ne, man muss hier so ultra krass hochgehen. So, dass es auch möglichst jeder schafft. Ey, wieso ist das denn so dumm? Weil mich jetzt gleich da echt wieder zurückgehen muss, ne? Hier geht's... Hm. Vielleicht hätte ich auch einfach irgendwo rumgehen können. Ich weiß es gerade nicht so richtig. Ach, hier... Nicht hier rein. Das geht gar nicht. Ach, kommt schon. Oder hier vielleicht? Jetzt habe ich mir so eine Kacke eingesammelt. Ich weiß nicht, ob ich hier auch was machen kann, Leute. Da, abgeschlossen. Ich kann es auch nicht öffnen. Und hier lang? Brückt mich aber auch nicht weiter. Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Ich bin hier und erst da oben. War das hier? Wir fehlen jedenfalls das Megaschop zu reparieren. Ja, dann machen wir wohl erstmal das hier, ne? Oder? Aber... Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Müssen wir einfach mal hier versuchen. Kann auch sein, dass wir in der Folge jetzt hier nichts Sinnvolles erreichen, aber... Dazu ist der Storyverlauf ja schon mal nicht so schlecht bis jetzt. Bin sehr, sehr gespannt, was jetzt hier passiert und wie es weitergeht und... Ah! Haben wir denn hier schönes gefunden? Ah ne, ich dachte, das wäre es schon. Hier geht es mal ein bisschen weiter. Die Hexer sind ja zu Zutaten sammeln. Und hier ist auch eine Kiste, eine leere Flasche. Kliegen irgendwelche Bücher? Aufnehmen, Gärte des Heus. Und hier... Das war es schon wieder. Ah, das ist aber schade. Das kann nicht sein. Irgendwie... Ich muss ja irgendwas die Stelle suchen, Freunde. Aber wir müssen doch hier weitergehen. Ey! Was ist hier los? Boah, wie cool das einfach aussieht, ey. Junge, Junge, Junge. Wenn ich hier hochgehe, wo sind wir denn dann? Boah, heftige Aussicht da hinten. Ha! Und die weißen Haare. Es gibt da keinen weiteren Eingang, ne? Nö. Vielleicht muss ich aber auch erst äh, den Typen da. Ja, ich glaube, ich mach das auch erst mal. Komm, egal, Leute. Vielleicht müssen wir erst den einen Typen da helfen. Dann speichern wir mal ganz kurz hier. Runter hier. Komm schon, wir fahren hier runter. So. Hier lang. Und einfach durch das Tor gehen. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Aber gut. Jetzt wissen wir es, ja? Dann müssen wir dann hier raus. Wir müssen wirklich vernünftig durch die Eingangstür. Hier kann ich immer vorher alles schleifen, sehe ich. Das ist natürlich sehr gut. Boah, Junge. Da muss man ja ultra rumlaufen. Ah, Gott sei Dank habe ich noch hier das Ding angemacht. Das war jetzt aber Zufall, ja? Weil ich genau den Knopf dafür gedrückt habe, als ich hier war. Hier auch, Freunde. Wer sieht es nicht? Zack! Und hier sind wir. Wesimir. Genau, so hieß er. Können wir reden? Äh, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Ich suche Ciri. Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare. Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Existieren universelle als reale individuelle Wesen? Existieren universelle als reale individuelle Wesen? Glaubst du, dass universelle als reale individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Hm. Mhm. Ich auch. Gut. Aber hier kriegen wir aus ihm nichts Vernünftiges raus. Wiedersehen. Wiedersehen. Was haben wir denn hier eigentlich hier oben? Können wir gar nicht anmachen. Boah, wie cool, dass sie echt aussieht gerade. Bin ich gerade ein bisschen begeistert. So. Wir gehen hier weiter. Oder setzen wir hier erstmal einen Cut. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde schon voll. Boah. Wie schön, dass er einfach aussieht. Immer schön genießen, Freunde. Wie man einen Gabelschwanz anlockt. Am besten zu Fuß, ne? Boah, Junge. Ey, voll das geile Tal hier. Die Festung wollen ein bisschen, ein paar Stöcken hier, weil das ja, ob es das auch richtig bringt, so. Ups. Such einen Eingang mal. Kein mal rein mit Hilfe einer Hexeseinde nach Eskils Spuren. Achso, ich muss erstmal die Spuren suchen. Ja, sind sie ja schon. Das müssen Eskils Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Ja, das stimmt. Wenn wir das so machen. Schön hinterher laufen. Ich bin sehr schlauer, das mit Pferd zu machen, aber ich mache es jetzt mal so. Vergestete Waffen. Ach, komm, ich mache es mit Pferd. Was soll's. Wenn er jetzt schnell genug ist. Komm schon, beeil dich doch mal. Du Dreck. Zack. Komm schon, Plätze. Los, Plätze, los. Ja, das macht schon mehr Sinn. Auf jeden Fall. So, hier im Wasser. Nicht, dass wir sie hier im Wasser verlieren. Da sind es aber wieder die Spuren. Sehr schön. Ja, also wir gehen weiter. Ne, hier sind sie weg. Hier ist er immer abgebogen. Weiter so, Plätze. Plätze. Weiter. Hier muss ich rein. In diesen kleinen Weg hier. Ne, das ist gar kein richtiger Weg. Ist einfach nur so hier durch die Steppe gezimmert. Oh, hier sind Kisten. Ich glaube, wir sollten hier mal eben kurz ein bisschen umschauen. Halt! Moment. Oh, da hat ein Schwert gefunden. Waffenrappertur-Set. Auch sehr geil. Ist auch wieder ein Schwert. Das ist nur eine Wasserflasche. Okay, mal kurz checken. Warte, wie viele Dinge waren hier. Auch schon sehr stark. Das hat anscheinend... Okay, das ist ein bisschen kaputt. Er hat aber sogar noch mehr Damage. Ihr seht aber wieder... Ne, das kann ja nicht sein. Warte mal. Das hat doch hier... 134 bis 164. Und 9 bis 169. Das ist doch stärker. Dann nehmen wir natürlich das Schwert wieder. Müssen wir es allerdings reparieren. So, haben wir das auch erledigt sofort. Schöne. Ich liebe das Schwert zu finden. Aber es sieht ja wieder eher normal aus. Aber okay, das ist ja nicht so schlimm. Moment. Dass wir da die Spur ein bisschen finden. Hier. Ne, oder komme ich von da? Äh, scheiße. Aber gehen... Ich weiß gar nicht, wie die Hufe also angeschlagen werden. So oder andersrum. Warte mal, dass so ist. Wahrscheinlich so, dass es in die Richtung läuft. Okay, alles klar. Boah, krass. Sofort irgendwie... Okay. Achso, oben ist ja der gelbe Kreis. Ja, es ist fertig. Nicht so schnell, Plätze. Plätze. Ach, guck mal hier. Es ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Ja, es ist ein Pferd. Schönes Tier. Oh, hier untersuchen. Es ist ein Schlüsselhager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Verbesser das Dracoidenöl. Das werde ich wahrscheinlich wohl gleich brauchen. Dann speichern wir ganz kurz ab hier. Boah, ey. Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Ultra, die gute Aussicht hier auf jeden Fall. Was gibt es denn hier noch zu tun? Dann finde ich das ja auch noch was geiles tun. Alchemistenpulver. Jetzt holen wir mal das Ding hier an. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege. Muss nur eine Geruchsprobe finden. Ja, das scheint ja... Achso, hier war es. Ein Stückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knull Ziegenhaar. Puh, das stinkt. Ha! Also wie ich jetzt dem Ziegengeruch folge. Krank. Ja, so eine Drecksziege. Die stinken ja auch bekanntlich. Oder... Spannend, was uns jetzt gleich erwartet. Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Ha. So, hier geht's weiter. Oh! Ich will die... Da höre ich da was. Die hat sich nicht selbst hier angepfluckt. Okay. Ach, das ist... Sie ist ein Gabelschwanzköder. Und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Hm. Best friends forever. Äh, dich auch. Dich auch. Wie geht's? Wie immer, wie immer. Noch ein Tag, noch ein ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexer, Wolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Ja, du siehst ja auch einfach nur richtig hässlich aus. Du hast eh keine Chance. Ich versuche nur mit Zauberern zu schlafen. Du glücks willst. Ich versuche nur... Ab jetzt versuche ich mich auf Zauberinnen zu beschränken. Zweifellos der angenehmste Teil, aber vielleicht auch der gefährlichste. Oh, es geht los. Er kommt. So, dann müssen wir mal hier wieder den scheiß Bogen holen. Oh, ich gehe auf die Ziegel los. Ja. Brauche ich eigentlich nicht weggewinnen, oder? Oder nicht so Bock? So, hier. Zack. Ich habe ja noch ultra gute Erfahrungen mit so Bästchen. Du bist das ja einfach nur Freunde. So, er muss ein bisschen leiden, auf jeden Fall. Zack. Boah, ich muss auch immer ein bisschen weggehen hier. Fehler von mir. Oh, schönen Feuerschaden angerichtet. Nein. Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Er kann uns den Ärger ersparen und sich töten lassen können. Ist so. Die Ziegel. Kann sich dazu selbst ausweiten und sich auf einen Bratspieß schieben? Ha, genau. Obwohl das Biest kaum so wohl erzogen ist. Wir müssen klettern. Scheiße. Etwas Training wird dir gut tun. Na, du hast ein bisschen zugelegt. Das sind die Reste vom Winterspeck. Ha. Du meinst wohl dich selbst, Scherzkeks. Na komm, gehen wir mal hier hoch. Schauen wir mal, was das hier alles bringt. Schade, ich dachte, ich könnte das kleine Tier dann noch smashen. Oh, hier sind die Blutspuren. Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Kommt nicht mehr weit. Sehr geil. Haben wir doch schon mal gut weggeberstet, auf jeden Fall. Hoch hier. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt er sich. Ha. Skorpion ist ein Schlachtruss. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein. Ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Skorpion. Durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl sein... Mein Hahn ist tot. Mein Hahn ist tot. Was ist denn mit dem los? Er kann nicht mehr krähen. Kuck, die, Kuck, oder? Krank war. Was ist das für ein Lied? Wie hat sich hier weiter... Wie ist das? Zum Bergsteigen hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Ich wurde in sein Versteck geflogen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Wie ich die Switch erzeichne, ist auf jeden Fall an der Wand krass, ne? So, wir müssen uns anscheinend hier rein. Hier wollen wir erstmal wieder ein Feuer anzünden. Und schauen wir doch mal, was uns jetzt hier schönes erwartet. Äh, ich hab hier lang. Ja, hier ist das Blut. Drachen in der Höhle jetzt gleich vernichten. Das wird natürlich jetzt eine sehr spannende Sache. Hoffentlich macht der andere jetzt auch gleich was. Ach, ich meine, die Waffen sind auch noch geschärft, sehe ich gerade. Sehr gut. Hier oben ist Blut. Das heißt, wir sind hier einfach richtig... Boah, ein bisschen der Schock, ne? Zack, weiter geht's ja mal. Der kann ja gar nichts, ne? Der ist ja gar nichts dran hier. Das war's schon. Dafür so'n Aufwand? Fucker anmachen, ja. Na schön, her mit der Rückenmalzflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jen erwähnt, wozu sie es braucht? Hat Jen ihr gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, ähm, stört dich nicht? Äh, ne, ich vertraue ihr. Nein, tut es nicht. Ich vertraue ihr. Und da heißt es, Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Äh, was hast du gegen Jen? Stört dich was an Jen? Na los, hab Mum und sag's mir gerade heraus. Hab du Mum und gib zu, dass sie dich reingelegt hat. Oft genug. Das war einmal. Sie hat sich geändert. Klar. Na gut, vergiss es. Gehen wir. Ja, nach vorne muss ich halt die Sache hier rausschneiden, ne? Ja. Ja. Gabelschwanzrückenmaxflüssigkeit. Mann, Mann, Mann. Was hat der denn noch so Monsterauge? Kamel, Sponshaut. Fleisch. Nehmen wir alles mit. So, dann müssen wir zurück zu Jennefer auf jeden Fall. Warte mal. Da war noch eine Kiste, oder? Ich hab mich halt verguckt. Ja, guck mal hier. Geh doch mal weg da. Schema, verbesserte Wolfshandschuhe. Auch interessant. Das haben wir hier noch schönes. Das scheint es auch gewesen zu sein. Hier ist auch nichts mehr ansonsten. Ja, alles klar. Wieder raus, so schnell wie es geht. Und zurück zu Jennefer. Oder halt vielleicht eine von den anderen Sachen, die wir noch machen müssen. Da warten schon die Pferde draußen. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Natürlich ich. Keine Herausforderung. Weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Niemand nennt mich eine lahme Sau. Ja, einfach ein Countdown, Junge. Okay, und los geht's. Wir können jetzt auch ruhig mal ein bisschen schneller rennen, ne? Ja, oder die krasse Musik hier auf jeden Fall am Start. Haha! Abgehängt, Junge. Du Haufen Scheiße. Du Haufen Hexer-Scheiße, ja. Oh, scheiße, ich hab mich zu sehr ausgeruht. Er kommt. Das sind wir schon raus. Scharfkurve. Das könnte jetzt gleich mit dem Pferd-Ausdauer nur ein bisschen eng werden. Ich weiß nicht, ob ich die mich skillen kann. Ah, nee, das schaffe ich. Ja, wir haben von hinter mir. Oh, ich fing an zu regnen. Ja, dann war das noch was anderes. Okay, jetzt wird es doch ein bisschen knapp. Jetzt mit der Ausdauer könnte es jetzt echt gefährlich werden. Weil sobald hier es weg ist, könnte er es schaffen. Was? Ey, auf gar keinen Fall. Du bleibst schön hier hinten, Alter, du Drecksau. Das gibt's nicht! Ey, das gibt's nicht. Ich hab auf jeden Fall gewonnen. Ich würde dich auf einer lahmen Sau besiegen. Der war gut. Ich hab dich unterschätzt. Oder besser, Skorpion. Wirklich ein schnelles Pferd. Und ich hab dich überschätzt. Hätte ich gewusst, dass es so einfach ist, hätte ich was gewettet. Was willst du? Na schön. Sag deinen Preis. Hast ihn verdient. Hm. Ich hab seit einer Weile Lust auf Mahakam-Schnaps. Nichts brennt so wie der. Beim nächsten Mal hab ich eine Flasche für dich. Versprochen. Wer, wenn nicht? Hm. Ja, ich mein, ihr habt ja alle gesehen, dass ich es eigentlich geschafft hätte. Nur, ich muss die dumme Sorge mich halt so abdrängen. Der Drecks. So. Ja, wir sind jetzt schon etwas über 40 Minuten dran, Freunde. Ich werde jetzt hier in den Schnitt setzen. Und dann werden wir, ähm, ja. Wir werden in der nächsten Folge mit Yennefer weitermachen. Wir locken uns jetzt hier schön an diesem Feuer aus. Äh, ausloggen vor allen Dingen. Wie es einfach der, sie ist. Ich hab, ich hab euch heute die Folge gefallen. Und, ja, bis zum nächsten Mal beim Witcher wieder. Also, haut da rein. Haut da rein. Ciao. 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 Ciao.